Nein! Fuck. Na gut, okay, dann eben Cove. Cove ist ne Insel. Halt deine Backen. Stumm. Oh fuck. Egal, stelle ich ihn gleich stumm. Ist kein Problem. Das ist gar kein Ding, dann stelle ich ihn halt gleich stumm. So, was das witzige an Cove ist, vielleicht kann ich euch das zeigen, je nachdem wo ich spawnen werde. Team Deathmatch. Ich glaube ich spawne sogar richtig, kann das sein. Unsere Sache hält niemand an. Da hinten, das ist das Boot von... Oh Gott, wie hieß die Map? Ihr wisst welche Map? Das ist auf jeden Fall das Boot von dieser Map, ich weiß nicht wie die Map heißt. Fuck. Ähm... Shipment? Ne. Kein Plan, jedenfalls ist das echt, das ist das Boot. Und man kann auch von der Map, von dem Boot aus kann man auch die Insel hier sehen, witzigerweise. Fand ich ganz lustig. Hab ich aber auch schon im Video gesehen, ich hab's nicht selber rausgefunden. Aber ich frag mich wie... Wenn jemand ne Hundeeinheit bekommt, wie kommen die Hunde hierher? Die Drohne nähert sich. Ähm... Okay... Die Insel ist ja ganz schön und so, aber... Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Cool, ne Esmin zerstört. Bringt mir zwar mal wieder keinen Kill, aber... Immerhin irgendetwas, ne? Ja... Ja... Nachladen, nachladen, nachladen. Ha... Nein! Fuck! Ich dachte mit meinem coolen super Jumpshot würde ich ihn irgendwie verwirren. Wieder genau zum falschen Zeitpunkt nachgeladen, ey. Mist! Ah! Auf ihn schieße ich! Ah... Einen hatte ich aber. Verbündete Drohne nähert sich. Oh, w-w-warte. Koordinaten für Blitzschlag empfangen. Steht mir vor. Wo sind die jetzt alle? Was zum Teufel? Was? Ach, da oben war noch einer. Wie viel waren denn dann in diesem kleinen... Tunnel? Ja, ich sag mal Tunnel. Es war glaub ich ein Flugzeuggefrag, aber... So. Oh Gott, Sniper, Sniper hinter mir. Ah, fuck! Das war... Das Aiming war grad voll auf, Alter. Da hab ich noch mal gar nichts getroffen. Nicht mal annähern. Das war schon fast peinlich. Uh! Uiuiui! Mit Vordergriff, ernsthaft? Wie soll denn ein Vordergriff dran? Vordergriff bringt einfach mal nichts. Koordinaten für Blitzschlag entfangen. Oh, shit. Oh, shit. Kann man hier rumgehen? Das wär ultra cool. Oh. Ist das denn eine Scar Age? Ja, ist es. Aber warum bin ich so elendig langsam, als wenn ich ein MG mitnehmen würde? Ich hab wohl nur... Ich hab voll lange... Ich spiel eigentlich fast nie mit Sturmgewehren. Fällt mir grad mal auf, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Oh Gott! Oh mein... Ich find's übrigens äußerst schade, das wollte ich mal gesagt haben. Es gibt den Wettrüsten, den Modus, von wegen, dass man 150 Punkte pro Kill bekommt im Team Deathmatch. Den gibt's nicht mehr. Finde ich mega schade. Ich fand, der hat eigentlich voll gut gepasst zu Team Deathmatch. Dass man die... ...Killstreaks ein bisschen schneller bekommt. Also ich fand das ungelogen nicht schlecht. Und wieder im Kreis rennen. Haha. Okay. Lade schnell nach. Nein! Oh, das wär mein Kill gewesen. 25 zu 0? Wow! Womit hat der gespielt? Wow! 25 zu 0 ist echt nicht schlecht. Ich hier mit mein 12 zu 4. Aber hey, komm! KD 3,0, ja? Awesome! Ach Mensch! Aber die Möpfe eigentlich auch nicht schlecht. Ein bisschen chaotisch. Aber cool. Ich will nicht was spielen. Das hatte ich schon. Okay, ich seh schon. Die wollen alle Wash spielen. Dann bin ich raus. Hoppala. Na, warte mal. Kann ich ja mal eben ganz kurz gucken. Hijacked. Hijacked. So heißt die Karte. Okay. Ähm. Ich möchte unbedingt Uplink spielen. Ansonsten haben wir glaube ich auch schon alle, ne? Uplink kommt jetzt noch. Uplink und, und, äh. Detour. Detour. Und ja, Detour soll nicht so geil sein, aber Uplink auf Uplink freue ich mich megamäßig. Weil Uplink ist halt Summit. Das gibt's doch nicht. Na gut, dann Detour. Dann haben wir wenigstens schon mal alle. Ja, es ist übrigens das erste Mal, dass ich jemals eine von diesen Karten jetzt spiele, ne? Nur so, Info. Also ich kenne noch keins von diesen Karten. Außer von Videos, die manche Leute wieder früher hochladen durften. Äh. B-b-b-b-b-b-b-b. Das hat man noch gar nicht. Ja komm, die nehmen wir mal. Im Tropf, wir haben grünes Licht. Bewegung. Na los. Hm. ja die map soll extrem gut sein für capture the flag für capture the flag weil die hat ich nur noch vorne nach hinten geht also so als so viel spielraum links und rechts hast ich habe ihn nicht gesehen ich weiß ja nicht wo dieser scharfschütze war und mit leuten die ich nicht sehe gehe ich keinen streit ein oder war einer oder das ort wie kannst du so hängen geblieben sein alter okay fertig okay er hat ninja sneaky toll ich dachte wer kein gegner weil mein teammate da so und achtsam lang rennt mann 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 die map gefällt mir jetzt schon richtig gut obwohl er gut ich will ja also so schlimm wie jetzt andere das behauptet haben finde ich ja auch nicht so schlimm ist ja auch nicht wie andere sagen also ach da war auch gott ich dachte das wären gerümpel alter ich dachte das wären steine die da liegen fuck er mit seinem camouflage es gibt wohl ein trick das ist voll witziger da habe ich immer gelesen die waffe hier schießt jetzt zuerst mit zwei schüsse ganz schnell dann würde die würde die schussfrequenz ja langsamer wieder die wird ja nach der zeit langsamer wenn man jetzt jetzt hat dieses visier wechselt dann bleibt wo die schnelle geschwindigkeit erhalten kein plan ob sie mittlerweile rausgepatcht haben oder so ich fand es ganz witzig was ich das gehört habe und auch gesehen habe geht vor allem mit der hammer also der hmr diesem mg geht das super gut ich habe schon lange kein gegner mehr gesehen macht mir ein bisschen angst wo sind denn alle traue ich mich daran zu gucken ich dachte das ist ein scheiß scharfschütze der muss weit weg sein aber ach ja es ist call of duty wundert mich dass er keine pirouette gedreht hat oh gott geil schön den gegner rein rennen erst mal da ach ja wo zum teufel wo ist meine kamo es ist keine auch fack wie das noch keine kamo drauf sollen der käse soll das denn da habe ich keine kamo drauf gemacht habe ich mich erschrocken ich habe mich erschrocken bin ich ganz ehrlich ja wie zum teufel na klar natürlich mit einer an hurensohn style wie heißt die kack waffe ich hab nein die will ich haben nein ich will die waffe nicht mehr haben dankeschön gott okay ich mag die map doch nicht so sehr irgendwie die ist mir zu dunkel und die ist irgendwie nur braun bist du ist ja echt auch keine wieso ist denn irgendwo eine kamo drauf habe ich alle kam muss raus gemacht wird das denn das kommt schon ich will ich mich will ich mich das trauen feindliche drohne nähert sich oh gott was war das denn da habe ich da rumgelegt oder was war das ich habe mich auch bewegt wie so ein roboter als wenn ich von ihm geblockt worden wäre aber da stand ja niemand wir gewinnen diesen kampf wir haben die führung verloren oh was wo boah du dämliche wie der der ficker mit seiner scheiß an 94 da oder wie das scheiß ding heißt alter mit dem mit der hässlichsten kam oder welt ich habe mir leider auch gekauft hat da die drachen kamo sieht so unglaublich eklig aus also das heißt auf manchen waffen sieht ja eigentlich ganz cool aus aber auf den meisten ist sie einfach nur hässlich nicht geh doch ha oh 10 11 oh gott das peinlich ja obwohl was das peinlich ist 4 zu 12 also auf der auf der waffe finde ich die unglaublich hässlich die mehr die 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 kamo oder sie doch wie hingekackt sie doch wie so ein fisch bäh bäh ok damit die klasse ein bisschen umkrempeln ja also mit die die waffe werde ich nie wieder benutzen welche nehmen stattdessen ich habe keinen plan die an hohohoho ähm vielleicht mit schaft und schnellem magazin mal gucken wie sie auf der recordings Soll's wieder da.